So, wir machen munter weiter mit den Redebeiträgen. Als nächstes kommt ein Beitrag von Almende, dem Haus Alternativer Migrationspolitik und Kultur. Der heutige Prozessbeginn bedeutet für uns von Almende eine Auseinandersetzung mit der Verantwortlichkeit des Staates und eine Solidarität mit den Angehörigen der Opfer. Die Enthüllung der mehrjährigen rassistischen Mordserie, die daraus folgende Berichterstattung juristischen Skandale vor eineinhalb Jahren additionell vor Augen geführt, dass wir noch lange nicht als Teil dieser Gesellschaft akzeptiert oder gewollt werden. Schon zu lange haben wir das Gefühl, dass unsere Körper und unser Leben nicht als wertvoller Teil dieser undemokratischen Ordnung betrachtet werden. Uns wurde von Neuem bestätigt, dass uns unser Leben jederzeit straflos genommen werden kann, sei es durch eine organisierte rechte Gruppe oder gefesselt im Polizeigewahrsam wie im Fall Udalo. Die Darstellung der NSU-Morde in den Medien und die Reaktion bzw. das Fehlen von Erfüllung, Protest, Wut, Trauer in der Mehrheitsgesellschaft haben unser Gefühl weiter bestätigt. Die Beteiligung und versuchte Vertuschung durch Verfassungsschutz, Polizei und andere Behörden, deren wichtigste Aufgabe angeblich der Schutz der demokratischen Grundordnung ist, hat uns ehrlich gesagt nicht einmal mehr überrascht, aber dennoch entsetzt. Wir stellen uns deshalb die Fragen, was kann und will dieser Prozess an tatsächlicher Aufklärung leisten? Was kann dieser Prozess an Veränderung bewirken? Und was kann dieser Prozess vor allen Dingen an gesellschaftlicher Veränderung bewirken? Wir wünschen uns, dass alle beteiligten Personen zur Verantwortung gezogen werden. Wir bezweifeln, dass dieser Prozess das leisten wird, da es bei diesem um Einzeltäterinnen geht. Wir fordern aber Aufklärung. Und Aufklärung bedeutet diese Morde und die Struktur, die diese ermöglichten und ermöglichen und die Diskurse, die den Lehrboten für diese bereiten, zu betrachten und diesen entgegenzuwirken. Wir fordern, dass auch alle staatlichen Akteure zur Verantwortung gezogen werden. Wir als Almende sehen die rechten Morde und Gewalt auch als Zuspitzung einer schon zu lange betriebenen deutschen und westlichen Diskussion um Migration, die Rassismus ignoriert und dadurch rassistische Folgen hat. Diese Diskurse und Praxen von der Mehrheitsgesellschaft geführt, von der Politik befördert, von den Medien angetrieben sind es, die eine Atmosphäre der Angst schaffen. Angst der Mehrheitsgesellschaft vor jenen, die nicht Teil von ihr sind. Angst, die dann von Mörderinnen in Taten umgesetzt wird. Wir sind davon überzeugt, dass diese Angst gewollt ist. Mitbegünstigt durch die neueste Krise des Kapitalismus und basierend auf tief verwurzelten faschistischem Gedankengut wachsen in ganz Europa neue, auch gewaltbereite Rechte und rechtspopulistische Gruppen an. Dies zeigt sich nicht nur an der perversen Außen- und Grenzpolitik Europas, sondern auch dadurch, dass Bücher wie das von Sarah Zinn und Buschkowski-Bestellalisten anführen. Es zeigt sich auch deutlich daran, wie die Aufarbeitung der NSU-Morde sabotiert und verhindert wird. Es zeigt sich daran, dass während einer der größten Protestaktionen von geflüchteten Menschen der Inselnator bei einer Überflutung von Flüchtlinge warnt. Es zeigt sich auch am Umgang des Gerichtes mit den Vorbereitungen für diesen Prozess. Rassismus ist institutionell. Rassismus ist Mainstream. Er wird bloß meist nicht so genannt. Rassismus wird geduldet, verschwiegen und verdeckt. Wir sehen diesen Prozess als Prüfung für die Demokratie, diesen Staat. Und wir als Teil dieser Zivilgesellschaft werden hinschauen und beobachten. Wir werden nicht lockerlassen und wir werden im Schweigen in diesem Lande etwas entgegensetzen. Danke.